das wird sehr sehr lustig werden und ja dann haben wir immer noch du war auf kronen das war autos auf kronen oder die fed ja warum nicht im augenblick sind wir doch mit den südlern beschäftigt und dann kommen erst noch die dort lande und dann können wir uns vielleicht mal um den rath of chrome kümmern ok starten wir tomb of the dragon king your majesty i bear news of great import using his crystals and ethereal energies the old wizard tarcival has divine the destiny of your kingdom his vision in such matters is usually quite clear so i urge you to respect his forecast the wizard claimed to see an ancient tomb forgotten by all it is rediscovered and visited by many heroes one eventually recovered a magic sword that rest within possible insists that for the good of the land this event must come to pass destroy the three months to reveal the location of the tomb destroy the tomb of the dragon king no guards are waiting to venture out in this hostile land so you can't construct any guard houses ja das heißt wir müssen hiermit können hier nur mit ballista turm und dem dwarf settlement kämpfen it said there are clues to discover the tomb of the dragon king hidden in the rares of this realm you must destroy all the rares to discover them ja erst mal die ranger gilde gleich mal hier runter versetzen dann brauchen wir eine warrior gilt da wir ein tempel von krypta haben müssen wir wohl auf krypta priesterin zurückgreifen und ich werde gleich wirklich wenn ich meine nächsten beiden helden habe den palast auf ausbauen sobald die blacksmith fertig ist es ist ja eh grad keiner da der bauten kann weil die blacksmith verbilligt ja zum glück auch das gebäude etwas so dark castle ist hier schon mal der marketplace aber ist auch gleich die unten hin so wir kriegen wenigstens palast guards das heißt mein nächstes ziel ist es mich jetzt erstmal darauf zu konzentrieren einigermaßen meine helden drei helden dinger voll zu kriegen wie sonst werde ich vielleicht später wie sieht es aus was kostet die library die würde ich ja auch gern als nächstes bauen bevor ich irgendeine forschung betreiben das könnte ein bisschen dauern vielleicht wäre es doch besser zu oh wir haben die library okay dann kann ich ja den market der erforschen das ist schon mal praktisch so wenn ihr marken place now serves you better und ihr majestät und sie und sie und sie Haidu, der Wolf. Oh, ja, das finde ich nicht mal schlecht. Noch eine Library. Oh, ein Dragon. Wer hat den Dragon eingeladen? Hm. Hm. I take the path less traveled. Oh, tough fight. I feel revitalized. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. One step closer to oblivion. Oblivion. Okay. Tats collector. Gut, es ist ja auch das Dragon Tomb Gebiet. Wow, wo kommt das ganze Geld her? Sag bloß das Lucky Trading Post. More gold, Your Majesty. One step closer to oblivion. Tats collector. Das wäre natürlich nice. So, sie war. Okay, ich sollte jetzt noch langsam mal gucken, dass ich wieder... ...Schmiede vorwärtskomme. Dann werde ich halt hier neben die Magier-Gilde... ... ... ... ... ... ... Natürlich auch mit Wizard Towers arbeiten... ... ... Und da wir hier ja so eine gut bewachten Außenposten haben, wäre es auch nicht schlecht, hier ein Inn zu haben, dass unsere Leute rasten können dort. So. Der ist schon, der will acht durch das Battle mit dem... Ähm, nein. Durch das... Durch das Battle mit dem... Rachen. So, wir haben sogar schon Visitors hier. Ah, der Ranger lässt seine Waffen verbessern. Quäumtempel? Jede Menge Quäumtempel. Das heißt aber auch, dass wir keine anderen Tempel mehr bauen können. Wir können also gar keine Tempel mehr bauen. Ja. 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 Okay, wenn da Dreier dran rumreparieren, dann dürften die... Die Cardsman den Drachen töten. Können. So, von euch will ich aber kein Gold haben und euch will ich eigentlich auch gar nicht reparieren. So. 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 Sovereign! A building has been upgraded! Jo, das wird mich jetzt ein bisschen was kosten. Ah, sehr schön. Wir haben genug Geld, um jetzt ein Dwarf Settlement zu bauen. Wie wir gesagt haben, wir bauen es hier hin. Und ja, ich glaube, ich nehme die Gebäude doch in den Reparaturzirkel mit auf. Nur eben den Geldzirkel nicht. Nej, das ist nicht sicher. Oh. Ja, der redet lieber weg. So, ich habe ein Dwarf Settlement. I take the path lesson. Okay, das Gathaus wird auch nicht mehr lange standhalten. Weil auch meine ganzen Passanten jetzt auf dem Weg dahin sind, um den einen einzigen Tempel zu reparieren. Das ist übel. Na gut, den Trading Post, den können wir ein bisschen näher dran wieder aufbauen. Hier. Kommt, mach den Drachen kaputt. In the name of the sovereign! Tax-Kolletzer! Ja gut, der eine Quolm-Tempel tut uns nicht so sehr weh. Wenn wir die Quolm-Tempel verloren haben, dann holen wir uns eh einen Fervus-Tempel. Da ist eine draufgegangen. Die ersetzen wir gleich mal. Und jetzt werde ich einfach mal so weit gehen und den Marketplace fertig ab... äh, den Palace fertig upgraden. Marketplace und Blacksmith sind ja schon auf Status Quo. Okay, das ist ein bisschen mehr. Mehr Gold, ihr Majesty. Tax-Kolletzer! Ja! 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 Vielen Dank.